Herzlich Willkommen im neuen Jahr. Schön hast du wieder eingeschaltet. Heute gibt es nur ein ganz kleines Video, eine kleine eigene Sache. Heute geht es um das Thema Skulpturen aus alten Zeitungen. Wenn du meine alten Videos schon kennst, weisst du auch, dass ich Varsene aus alten Zeitungen mache, aber eben auch Skulpturen. Wenn dich so etwas interessiert, dann schreib es doch unten in die Kommentare, ob ich so ein Video hochladen soll und ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du so etwas selber herstellen kannst. Ansonsten bist du ganz herzlich eingeladen, bei mir ins Atelier zu kommen. Da gebe ich immer kleine Gruppenkurse. Maximal vier Personen, dreimal an drei Stunden. Es sind immer ganz lässige Leute dabei, du brauchst keine Vorkenntnisse. Trau dich, komm vorbei, nimm eine schöne kreative Auszeit und ich freue mich, wenn ich dich da begrüssen kann. Jetzt zeige ich dir ein paar Skulpturen, die ich gerade fertiggestellt habe und hoffe, ich kann dich ein bisschen inspirieren und animieren, selber so etwas herzustellen. Ich würde mich unter anderem auch sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren möchtest, da der immer noch sehr, sehr klein ist und die Schweizer tun sich da, glaube ich, ein bisschen schwer, einmal ein Like zu geben oder den Kanal zu abonnieren. Das kostet dich nichts, würde mir aber ein bisschen weiterhelfen, dass mehr Leute den Kanal anschauen. Also, wenn es dir gefallen hat, ein Like zu dem Kanal abonnieren und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleib kreativ und arm deine Liebsten. Hebe es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Jerry Regen. Tschüss. củi puede sein. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017